Servus und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen Broken Wings und müssen die Kontrolle über Viewpoint übernehmen. Das ist die Aufgabe und gerade eben wurde uns gesagt, dass wohl noch irgendwo ein Computer rumliegt, der Daten hat und die sollen wir uns schnappen. Na, wie hätte es auch anders sein sollen? Okay, dann mal los, bevor sie schlecht werden. Ah, ja. So, wir gehen mal hier rüber. Ups, aber halt auch runtergehen in Deckung, mein Friend, mein Friend. Oh, da oben ist ein Scharfschütze, ein Schützeschaf. Auch das haben wir schon mal gehabt. Okay. Ach du Schande, wo? Oben, oder? Ach, da oben. Oh no. Komm. Ja, der wird sich langsam auf sich ja dann hier runter bewegen und uns das Leben schwer machen. Ja, ja, da oben rennen sie. Da oben rennen sie. Oh, da kommt er, da kommt er. Gut, hinter uns ist einer, aber die sind über uns. Yep. So, dann bleiben wir mal ein bisschen hier auf der Seite. Was denn für eine Drohne? Nee, 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 mein Freund. Lass mal stecken, du, ne? Okay. So, da scheint also noch einer der nächste Computer zu sein. So, das Geschütz brauchen wir dringend. Und hier oben habe ich so den Verdacht. Nicht, dass hier welche aus der Tür hier kommen. So, hört dich, hört dich, mein Freund. Hier haben wir dann noch eine Datensicherstellung. So, jetzt kommen wir dann langsam zum Produktionsstudio und ich hoffe dann, dass wir dann, und das befürchte ich, dann aufs Dach müssen. Und das macht mir gar keine Freude. Dieses Dach, dieses Dach, dieses Dach, so, was haben wir denn hier noch? Ah, ja, okay, Strom. Strom. Was haben wir hier? Ah, nee, da ist nur Strom. Okay. Ja, dann werden wir hier mal aufmachen, ne? Ach ja, das ist die Geschichte. So. Wieder mal dahin. Und dann werden sie versuchen, mich wieder rechts umgehen. Kümmer dich mal da drum. Oh, da geht's. Ah, ja, da hinten, okay. Da ist aber sie da hinten im Vorteil, ne? Mit dem Scharfschützengewehr. Da oben springt auch einer rum. Unter Sperrfeuer. So, was ist denn jetzt hier mit meiner Drohne? Drohne soll sich mal hier um die da drüben kümmern. Okay. Nee, 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 oh, nicht reparieren, ne? Genau, so habe ich mir das vorgestellt. So wird da ein Schuh draus. Okay, was haben wir hier? Kommt da irgendwas wieder von rechts? Kommt sie? Ja. Gehs. So, wo haben wir noch jemanden? Oh ja, da hinten kommen nochmal welche. Ja, das denke ich mir. So, da sind wir hier gar kein Ende mehr. Und da hinten, der Ace versucht immer noch mich zu kriegen. Oh. 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 Ah, komm. Ups, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl... Ei, 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 ei. Nee, das ist jetzt gar nicht gut. So, wie stehen denn jetzt hier die Aktien? Na, also, geht doch. So, jetzt müssen wir gerade mal schauen, kann es sein, dass wir wieder voll sind? Nein, sind wir nicht. So, okay. Und wieder nach oben. Okay, das hätten wir alles erledigt. Ja, 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 da müssen wir wieder interagieren. Und dann wieder in dieses Ding da. Ah, Moon, ja, nicht vergessen. So, Produktionsstudio erreichen, ja. Stehen die Kollegen jetzt wieder hier rum. Auch hier müssen wir wieder piep, piep, piep machen. Und nochmal piep, piep, komischerweise haben wir immer den PIN-Code, ne? Sie waren hier fleißig. Durchsuchen Sie den Computer und sichern Sie alle Daten, die Sie finden können. Koch, geschaut haben wir noch. Musik. Okay. so, so, ich sehe gerade nichts so, jetzt sehe ich wieder was ja, da sollte sich jemand anders drum kümmern wir kümmern uns den hier den haben wir so, Mann am Boden, Mann am Boden oh, jetzt kommen sie da raus jetzt kommen sie da raus immer ein bisschen aufpassen es könnte auf der linken Seite einer rauskommen oh, da unten sprintet einer naja, von wollen kann ja nicht die Rede sein und wie soll ich das alleine tun euch einkreisen ja, da kommt das ist ja echt ein Nest hier nee, nee, mein Freund du lässt die da hoffentlich in Ruhe ach du Scheiße ja, wir haben ein kleines Problem ja, das dachte ich mir ok komm, weg da hinten weg da hinten vom Geschütz sehr gut das muss es, glaube ich, gewesen sein jetzt für diesen Teil jetzt werden wir die Aufklärungsdaten sicherstellen und dann bin ich mir sicher dass wir aufs Dach müssen und das wird mit Sicherheit ein Spaß so, wo haben wir denn noch was hier wir orten Black-Task-Aktivität auf dem Dach es dürfen auf keinen Fall gegnerische Kräfte im Gebäude bleiben ja, das war genau das was wir eigentlich vorhin schon gehört haben und irgendwie habe ich jetzt den Verdacht da ist, hat sich irgendwas ein bisschen überschnitten aber nun gut ich bin jetzt der Meinung dass wir mit Sicherheit jetzt aufs Dach können und den Aufzug benutzen können ja, klar jetzt geht der Aufzug jetzt wird es spannend jetzt wird es interessant ich liebe diese Dachmission und das war jetzt gerade Sarkasmus so, wir werden das Ganze auch ganz vorsichtig angehen müssen so, ein bisschen Spezialmunition wie viel haben wir da? da sind wir auch voll okay ach, interessant die haben da das Material weggeräumt so, wir werden das Ganze auch voll oh, da hätte ich gerne ach, du Schande da hätte ich gerne mein Geschütz sehr gut so, das Geschütz wird hoffentlich da muss ich meine rechte Flanke ein bisschen absichern da rechts kommt nämlich auch einer jep, das dachte ich mir so, da unten kommt nochmal einer angetigert in gelb das war klar da ist noch einer so, Jungs kommt, 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 kommt so, den da hinten kriegen wir oh, wie ich diese Teile hier hasse so, da kommt nochmal einer hoch ich gehe rein wie rein nix rein ach, du Schande so, noch mehr von dem Ding noch mehr Hubschrauber oh 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 Ups. Kann es sein, dass irgendwie wieder rechts was rum... Oh, noch mehr von denen. Sturmtruppen. So, wie sieht's aus? Ei, 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 ei. Das Geschütz ist... Das Geschütz ist außer Gefecht. Das bräuchte ich aber dringend wieder an dieser Position. Okay. Da war es nämlich wirklich gut. So, wie viel kommen denn da noch? Oh, da kommt jetzt wieder einer mit der großen Wumme. So, der geht in die Knie. Oh, da ist was. Aha, aha, aha. Hinter uns springt einer rum. Aber da kümmert sich die Drohne drum, so wie sie aussieht. Sehr gut. Ja, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Das ist gut. Jetzt haben wir da hinten noch was. So, die verbliebenen Tasks noch ausräuchern. Räuchern. Wo denn? Da ist noch was. Ah. Immer drauf, immer drauf, immer drauf, drauf, drauf. So, was ist denn da hinten? So, irgendwas ist da hinten. Ah ja, okay. Alles klar, alles klar. Ja, das denke ich mir. Das denke ich mir. So, jetzt sind wir ein bisschen voll hier, ne? Gut, hervorragend. Viewpoint steht wieder unter unserer Kontrolle. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es dann jetzt wieder weitergeht. Natürlich mit der Befreiung der anderen Geiseln. Also, wie gesagt, ich bin mir immer noch ein bisschen unschlüssig, ob das jetzt wirklich so richtig dazugehört hat oder nicht. Aber es scheint wohl so gewesen zu sein. So, ansehen. Okay. Okay, Papa Joe hat gut gearbeitet, so wie es aussieht. 134 Kills, aber war ja auch nicht so schwierig. Wobei, Invasion. Hm. Hm. Ja. Sehr gut. Okay. Einsatzgebiet verlassen. Das werden wir hinkriegen. Stopp. Natürlich mit dem Aufzug. Okay. So, da ist der Ausgang. Da ist der Ausgang. Und da tut sich noch mal ein bisschen was. , Not настолько, dass wir uns� suka haben. Die Ausgang sind aufgel운 Was. Und da ist der Ausgang. Das soll andere auch mal ein bisschen was. CASiatоль, Sag! Das soll der Ausgang. Absaugt. Aber das sollfassungsans. Und das soll noch mal ein bisschen was. Das soll so unfair sein. Also, das soll fünf was. Mögen皮geschichte verlassen. Bis zum nächsten Mal. Das soll weiß Mesそして perpet VISjer. so dann bringen wir hier mal ein bisschen ja wer ist denn da wer ist denn da wer ist denn da ja das war in welchen also das ist ja eigentlich nicht die richtige mission das hat sich jetzt ein bisschen überschnitten würde ich jetzt einfach mal so sagen und wir nehmen aber trotzdem das material mit und sind auf jeden fall am ende angekommen und haben die gute eve befreit und haben somit auf jeden fall die hälfte unserer aufgaben erfüllt lauren fong muss noch bereit befreit werden und mitchell billings und dann können wir uns um den haupt oder die hauptprotagonistin kümmern in dieser mission aber bis dahin werden wir noch einige folgen spielen müssen ich sage recht herzlichen dank fürs zusehen ich sage tschüss ciao bis zum nächsten mal wieder hier bei mir auf dem kanal wenn wir spielen der division 2 die verhandlung broken wings also bis dann und die tage tschüss